Dieser wunderschöne Canyon-Braune Ford B-Max Titanium könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der EcoBoost-Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Außenspiegel sind elektrisch verstellt und anklappbar. Die Schiebetüren hinten bieten besonders leichten Einstieg. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 16 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das Sicherheitspaket in diesen B-Max schützt Sie mit ESP, Airbags, Active City Stop und Parkpilot vorn und hinten. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem eleganten Ford B-Max Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Der neue EcoBoost Motor ist erste Sahne. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.